Auf den Straßen sind immer mehr elektrobetriebene Fahrzeuge unterwegs. Daher werden auch die Feuerwehren bei Verkehrsunfällen öfters mit dem Thema alternativ angetriebener Fahrzeuge konfrontiert. Alternative Antriebsstoffe bzw. Systeme sind nicht mehr oder weniger gefährlich als die herkömmlichen Fahrzeuge mit Benzin- oder Dieselantrieb. Sie sind teilweise anders aufgebaut. Diese Unterschiede müssen wir beachten. Alternative Antriebssysteme zu erkennen, ist auf den ersten Blick oft nicht möglich. Eine Außenkennzeichnung gibt es bei PKW nicht. Elektro- bzw. Brennstoffzellenfahrzeuge können eine Kennzeichentafel mit grüner Schrift haben. Ein sicherer Hinweis, dass es sich um ein elektrobetriebenes Fahrzeug handelt, sind orange gefärbte Leitungen, sogenannte Hochvoltkabel. Ihre Spannung beträgt derzeit bis zu 800 Volt Gleichstrom. Dieser Versuch, der unter Leitung der französischen Feuerwehr durchgeführt wurde, zeigt deutlich die Auswirkungen, wenn bei einem Einsatz versehentlich ein Hochvoltkabel durchgeschnitten wird. Das Hochvoltsystem ist je nach Fahrzeughersteller unterschiedlich zu deaktivieren. Hier zwei mögliche Varianten, wo Leitungen bewusst geschnitten werden dürfen oder Sicherungen abgehoben werden können. Dadurch sind die Fahrzeuge spannungsfrei. Da die Hersteller die verschiedensten Techniken anwenden, um ein Fahrzeug spannungsfrei zu schalten, ist eine gesicherte Vorgangsweise den Rettungskarten der Hersteller zu entnehmen. Mögliche Gefahren bei Unfällen mit Fahrzeugen können sein Giftiger Rauch Schmelzen von Leichtmetallen Explosionsgefahr bei Gurtstrafsystemen und Airbags Erfrierungsgefahr oder Zerknallen durch austretende Gase Brand-, Explosions- und Vergiftungsgefahr durch Treibstoffe Berst- und Verätzungsgefahr durch Batterien Gefahr durch Strom Im öffentlichen Personennahverkehr werden erdgasbetriebene Busse eingesetzt. Busse, die mit komprimiertem Erdgas angetrieben werden, müssen mit CNG gekennzeichnet sein. Die Lagerbehälter können je nach Typ am Dach, im Unterboden bzw. auch innerhalb eines Fahrzeugs installiert sein. Prinzipiell haben Fahrzeuge, die mit brennbaren Gasen angetrieben werden, Sicherheitseinrichtungen. Die entstehenden Überdruck bei einem Brand abführen. Die Richtung des Überdruckauslasses ist jedoch nicht genormt. Zum Schließen der Behälter gibt es Absperreinrichtungen. Auch PKW, die mit Erdgas betrieben sind, haben ähnliche Sicherheitsventile eingebaut, sind aber außen nicht gekennzeichnet.